Wir sind jetzt Sitz-Wortberg im Land, das war eigentlich alles nach einer halben Ankunft. Wir haben eigentlich nichts mitgelegt, natürlich wissen wir, dass es im Land Probleme gibt, aber wir finden eigentlich in das Land statt und in den entlegenden Gebieten, wo wir uns aufhalten, wo wir Nairobi, Mombasa ist, ist recht ruhig. Es ist ein Ungefährliches, um sich zu bewegen und da, wenn wir unseren Ballonbetrieb haben, in der Nähe von Nakuro, ist alles ruhig. Es hat ein paar kleine Fischenfälle, aber nicht so, dass es in irgendeiner Art gefährlich wäre. Also ich fühle mich überhaupt nicht gefährlich, muss ich sagen. Natürlich gibt es Gegende, wo man nicht alleine sollte, aber es sind Gegende, wo man auch nicht alleine geht, wenn keine Unruhen sind. Das sind also Gegende, wo immer, immer ein bisschen kritisch sind. Wir haben gehört, dass es in Nakuro einmal der Haus brennt hat. Das ist nicht so weit weg von uns, aber das haben wir vor einem Jahr genau dasselbe einmal gehört, wo die Vorstände sich ein bisschen bekriegt haben. Das hat aber damals überhaupt nichts mit Wahler zum Glück gehabt. Jetzt ist halt das Ganze schon ein bisschen unruhiger. Das ist wichtig, der Treibstoff könnte knapp wäre die nächste Woche, da ist die Dieselbenzin, da könnte es ein bisschen Einschränkung agieren. Das ist so tüchtig, wie die Genialer sind, beschäftigt, machen natürlich gleich ein Geschäftsfluss und zeigen, weil es für mich kein Treibstoff mehr gibt, verkauft man den, wo man da handelt, also da sind sie gleich erfinderisch und machen ein Geschäftsfluss. Bis jetzt. Bis dann.